von der Regie hier, habt ihr genau gesehen wie es läuft, so weiter gehts hier, genau gucken ob Braindead jetzt wieder so aggressiv beim Break und wieder Snake beim Break, wieder, aber er kommt nicht an, er kommt diesmal nicht an, Mayhem schießt doch gar nicht dahin, ne, irgendwie, interessiert sie gar nicht, der Snake hat überhaupt keine Gegenwehr, also irgendwie, schießen auch die meisten knarren jetzt hier in Richtung T-Berg Seite von Mayhem, deswegen kam der eigentlich auch immer an, jetzt kam er mal nicht an, aber er hatte da nicht viel Gegenwehr gehabt, aber Braindead auf beiden Seiten super aggressiv hier, die sind nämlich auch schon in T-Berg 2 jetzt gehts ein bisschen vorwärts hier, Mayhem, komm nach vorne, das ist Snake 2, er wird gecheckt, aber er wird outgecallt, Snake ist raus, Snake ist raus von Mayhem, jetzt wird sie nachbesetzt, ja, mal gucken ob er hier ein bisschen mehr reißen kann, äh, Braindead steht noch stabil, haben nur hier ein Snake Angreifer verloren, also Braindead ist da noch drinne, aber Mayhem kommt jetzt nach vorne, ah, das T-Berg von Mayhem ist raus, na, Mayhem, da scheint irgendwie nichts zu klappen gerade, ne, wir haben grad, äh, G2 von Mayhem, letztlich der Backcenter ist, muss ich auch checken lassen hier von Mayhem, ja, ja, Rev kommt da von außen reingelaufen, ja, ja, er geht raus, okay, das heißt G3, wir haben hier einen Mayhem-Spieler auf der Snake, die Seite, Snake 2, ja, nur noch die, ja, das musste jetzt kommen, nur noch die Angreifer von, von Mayhem auf dem Feld, ja, der wird auch rausgenommen, und schwierig zu verteidigen, da dann die Unterzahl, ja, hinter Eugen hier in der, in der Snake, das ist natürlich immer schwer hier in der Snake, da noch groß, jetzt auch dieses Jahr ohne Sideline-Coach, Ja, genau, 4 gegen 1, Snake, da gibt's jetzt ne Massage, war noch fahmlos, ja, das muss ein Penalty geben, oder hat er sich zu checken, Ja, also, mein Treff hat er ja, wenn dann schon ein bisschen länger gehabt, Na gut, wie auch immer, vier Leute waren's eigentlich noch hier von Braindead, sollte also nichts anbrennen, ja, 4 zu 0, Schön, Ja, 4 zu 0, Braindead im Aufsteiger-Duell, Mit Mayhem, Klar, positioniert sich hier, klar, Wir wollen hier nicht nur die Klasse halten. Nein, wir wollen mehr.